Die Abteilung Jugend des Landkreises Tübingen hat jetzt Jugendliche zu einem Projektreffen eingeladen. Gegenstand des Treffens war die Vorbereitung einer Diskussionsveranstaltung mit Politikern. Der Landkreis Tübingen beteiligt sich an der Initiative Was uns bewegt? Jugend trifft Politik. Jugendliche sollen die Chance bekommen, mit Politikern direkt in Kontakt zu treten und ihre Anliegen vorzutragen.